Schneiden kleben Tackern. Im Möbelhaus Marschall in Altjürden bereiten sich die Auszubildenden auf die bevorstehende Kartonbootregatta im Fahlerhafen vor. Denn die Kartonboote müssen erst einmal gebaut werden. Nach Anleitung von Uwe Brennecke, der die Kartonbootregatta mitorganisiert, bauen die Marschallazubis zwei Boote, mit denen sie beim Wettkampf am 1. Juni antreten wollen. Bei der Arbeit ist Sorgfalt wichtig. Ein einziges kleines Loch kann schon reichen und der Karton wird so weich, dass das Boot zusammenfällt. Sind alle Teile zusammengetackert und verklebt, werden die Boote noch mit einer wasserabweisenden Farbe besprüht.